Es handelt sich hierbei um das Institut für Schweizer Wirtschaftsforschung oder Wirtschaftspolitik. Und dort hat er eine Rede gehalten. Und wir hören jetzt ganz kurz mal hier rein. Nachdem ich im staatsgläubigen Deutschland lebe und arbeite, bin ich gerne in die freisinnige Schweiz gekommen. Warum? Nachdem ich aus einer Gesellschaft komme, in der Georg Friedrich Hegel als eine der Größen des deutschen Idealismus einst den Staat als Verwirklichung des objektiven Geistes gesehen hat, als wille gewordene Vernunft, freue ich mich, in einer Gesellschaft zu sein, in der der Tell den Gesslerhut nicht gegrüßt hat. Und nachdem die politischen Realitäten mich zwingen, mit Sozialdemokraten und Grünen zu regieren, freue ich mich, die Luft der Freiheit zu atmen. Vielen Dank für die Einladung.